Freiheit Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Ich denk, was ich will und was mich beglückt. Doch alles in der Still und wie es sich schickt. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Das war schon Als Kind, mein Lieblingslied. Und immer wenn ich mich einsam fühlte, habe ich es gesungen. Bei einem Spaziergang durch den Wald. Oder innerlich einfach, wenn ich durch die Stadt gegangen bin. Und es wirkt entspannt, beruhigend. Es gibt Sicherheit, Frieden und Freude. Meine Gedanken sind wie die Wolken da oben. Wie der Wind, der da vorne durch die Äste geht. Und was man hier nicht hört, im Ganzen ein ganz schönen Spektakel macht. Wir schätzen hier die Ruhe, ein bisschen Hintergrundmusik, ein paar Vögelchen. Und lassen mit den Wolken unsere Gedanken treiben. Sie wehen davon. Sollen sie. Wenn es wichtige Gedanken sind oder wären, kommen sie sowieso wieder. Dann vielleicht in einer anderen Situation, wo man sich ihnen vielleicht widmen mag. Nun jedoch lassen wir sie einfach wegsausen. Wir freuen uns an der Entspannung. Wir sitzen gemütlich. und schauen einfach den ziehenden Wolken nach. Geben ihnen unseren Stress mit, dass er auch davon fliege. Geben ihnen unsere Vorwürfe, Verletzungen, Traurigkeiten, Einsamkeiten mit. Und wie man sehen kann, fliegen sie davon. Und so beobachte ich nun einfach den Rest der Zeit. Die leise schwingenden Ästchen, die Wolken, den Himmel, versuchen Muster oder Nachrichten zu entdecken. Die sich in unserem Hirn vielleicht zu einer konkreten Nachricht formieren. Ich schaue einfach mit all meinen offenen Augen, mit all meinen offenen Ohren, mit all meinen offenen Sinnen, was es wahrzunehmen gilt. Ich fühle mich wohl und am Ende der Meditation geht es mir sehr gut. Ich werde voller Kraft und Tatendrang sein und frisch und fröhlich meinen Tag weitergestalten, wie ich es möchte. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Entste этому bei der Meditation? Die Gedanken sind frei. Hier werden die Gedanken gewuit only инst berry. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020